Ja, heute reden wir über das Spiel Illusion aus dem Hause NSV. Das ist ein Spiel für zwei bis fünf Spieler. Ihr solltet acht Jahre alt sein und, ja, 15 Minuten einplanen, wobei ihr das selbst auch so ein bisschen variieren könnt, je nachdem, wie viele Pfeilkarten ihr spielt. Ziel des Spiels ist es, richtig zu erraten, nehmen wir jetzt mal zum Beispiel den blauen Pfeil und die erste Karte legen wir dort an, das ist dann sozusagen die Startkarte, wie viel Prozent dieser Karte jetzt in diesem Fall blau ist. Denn als nächstes, gut, hier ist es jetzt vielleicht ersichtlich, muss ich als aktiver Spieler eine Karte vom Stapel nehmen oder beziehungsweise halt die oberste Karte vom Stapel nehmen und diese richtig in die Reihe einsortieren. So, in diesem Beispiel würde ich jetzt sagen, ich zeige sie noch mal so ein bisschen genauer, dass diese Karte weniger blau beinhaltet als diese. Auf der Rückseite haben wir auch die Werte, sprich hier wären 36 und hier 3%. Also würde ich in der Reihe die dort zwischenlegen. Der nächste Spieler wäre jetzt dran, würde die nächste Karte nehmen. Natürlich ohne die Rückseite anzuschauen, wie viel Prozent es sind und muss diese einsortieren. Legen wir sie jetzt einfach mal, ich habe gerade auch nicht drauf geschaut, zwischen diese beiden Karten. Und so ist jeder Spieler nacheinander dran, diese einzusortieren, wo er meint. Kommt man dran, hat man die Wahl, entweder ich nehme die oberste Karte und sortiere sie ein, damit glaube ich die Spielereihenfolge oder beziehungsweise die Kartenreihenfolge, oder ich zweifle es an. Zweifle ich es an, es ist egal, wo oder wer diesen Fehler gemacht hat. Es werden alle Karten umgedreht. Stimmt der Prozentwert aufsteigen vom Pfeil an, für alle, in diesem Fall blauen Werte, bekommt der Spieler direkt vor mir, der die letzte Karte gelegt hat, die Pfeilkarte und es hat damit sozusagen einen Punkt erreicht. Deswegen sage ich, man kann es so ein bisschen variieren, je nachdem wie viele Pfeile man spielen will. Ist auch nur irgendwo ein Fehler drin und das ist vollkommen egal, wer diesen eingebaut hat. Hat das auch 5 Spieler vor mir, oder habe ich das vielleicht sogar in der Runde davor falsch eingebaut, bekomme ich die Pfeilkarte, weil ich diesen Punkt halt angezweifelt habe, beziehungsweise halt die Sortiereihenfolge angezweifelt habe. So, und danach, egal wer dann halt dementsprechend jetzt den Pfeil bekommen hat oder sowas, sagen wir mal, er kommt weg. Ich habe ihn jetzt bekommen, weil ich habe zu recht angezweifelt. Die Karten kommen auf den Ablagestapel. Es kommt der nächste Pfeil. Jetzt geht es um Gelb. Wir haben wieder die Startkarte und jetzt bin ich wieder dran und muss irgendwie diese Karte unterkriegen. So, legen wir sie wieder einfach dazwischen und so geht es halt um Wacherei um. Wie gesagt, das Spielende kann man so ein bisschen selbst definieren natürlich. In den Spielregeln wird halt von drei Pfeilen geredet, sprich, wenn er erste drei Pfeile gewonnen hat, ist das Spiel auch vorbei, was man natürlich aber auch vollkommen für sich selbst frei bestimmen kann. Ich spiele es recht gerne, da es auch für zwischendurch mal ganz schnell aufgebaut ist und sehr schnell gespielt ist. Es kann auch nach fünf Minuten schon vorbei sein, dass der erste drei Pfeile hat. Wenn einer mal irgendwie einen schlechten Tag hat und sich permanent verschätzt, ist es natürlich schnell erledigt, dass man eine Runde oder beziehungsweise das gesamte Spiel gewonnen hat. Bis zum nächsten Mal.